Was geht ab, Leute? Spendet ihr euch wieder am Start mit einem neuen Video. Jede Woche. Stimmt, du bist ja nicht Sascha, du sagst es ja. Was drehen wir eigentlich heute? Welches Wort suchen wir? Und dafür habe ich natürlich auch einen ganz bestimmten Gast, der schon ein bisschen länger nicht mehr auf meinem Kanal zu sehen war. Peter! Du laden sein. Sascha in der Kamera, Sascha, sag mal ganz kurz Hallo. Hi. Danke. Hat für uns 10 Begriffe. Bei mir steht immer vor den Buchstaben eine Zahl, wie zum Beispiel Stuttgart nehmen wir, ja. Von der letzten Folge, das bedeutet Lüchel 4 mal T. 4 mal T. Dann steht da zum Beispiel 4 mal T, 1 mal S, aber auch kreuz und quer. Und wir müssen dann erraten, welches Wort da gesucht wird. Schreibst du auch die Buchstaben hier hin? Oder ist es dir zu offen? Ich schreibe es an der Seite. Ich würde einfach mal sagen, 3, 2, 1. Fangen wir an mit dem ersten Wort. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen einfacher machen. Wir müssen immer den Anfangs verstanden. Nein, 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 nein. Mein Ammerlack, Alter. Das ist echt. Das verwirrt mich gerade richtig. Dieses A. Oh, oh. Ich dachte, das geht am schnellsten. Das ist das einfachste. Was? Okay, welchen Musa fängt es an? A oder F? A. Das war ein Spaß. Das ist nicht das einfachste, aber weil wir vorher drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, es kommt die rausgeschossen. Wir haben drüber gesprochen. Da war ein Spiel an... FIFA war an. Ist ein Fußballspieler. Nein. Ist eine Aktivität. Hat was mit Geld zu tun. Aufladen. Oh mein Goooooooost. Oh mein Gott, wie schwer. Aufladen. Ammerlack, Alter. Ich hör die Verteilung mal. Okay, dann machen wir jetzt was Einfaches, weil es ist halt dann mit euch keine Zukunft. Sonst geht der Akku noch leer. Seid ihr bereit? Ja. Fängt auch mit A an. Wahrscheinlich ist es das einfach. Autobahn. Ohhhh. 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 Ahhhh. Jetzt machen wir noch direkt was Einfaches hinterher. Den hole ich jetzt den Punkt, oder? Ja. Okay. Also ich schätze schon, dass du ihn holst. Seid ihr bereit? Ja. Flugzeug. Ohhhh. Ohhhh. Was Einfach. Tanzverbot. Oh mein Goooooooost. Juhu. Was? Ich will nicht tanzen. Tschüss. Hä? Okay. Was ganz Einfaches. Jetzt wird's A laufen. Komm, wir machen noch das Einfachste von allen hinterher. Woll ich den auch? Weiß ich nicht. Seid ihr bereit? Ja. Berlin. Äh. Hä? 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 Nein, sag ruhig, hör auf. Guck mich. Guck mich nicht. Belgien. Ohhhh. Alter. Oh mein Gott, soll ich dir was? Hä? Wo warst du? Ich hab ja Berlin gesagt. Kurze nach kam Belgien in ihren Kopf und dann hab ich geguckt und irgendwas hat gefehlt. Ich hatte Belgien im Kopf. Hä? Ich hab einen schlechten Tag heute, Alter. Hehehe. Boah, zwei mal T, zwei mal E. Was ist das da unten? Das U oder K? Das ist ein K. Das ist ein K. Ja? Mit welchen Buchstaben fängst du denn an? Dann bist du sofort. T. Nein. Dann mit K. Nein. Dann mit E. Nein. Dann mit L. Nein. Bro, dann mit S. Ja. Ach, zwei mal E. Skelett. Alter. Tschüss. Oh mein Gott, Skelett. Oh, jetzt hab ich auch ordentlich gespuckt, Alter. Machen wir jetzt was witziges. Find ich wirklich sehr witzig. Okay. Seid ihr bereit? Mhm. Fünf mal B? Was? Fünf mal B? Was? Das war doch auch. Digga, vier Buchstaben. Vier hauptsächlich Buchstaben hat das Wort, aber zehn Buchstaben hat das komplette Wort. Fünf mal B einsetzen, Alter. Das Wort fängt wahrscheinlich mit B an. Ist auch wieder ein bisschen fies. Huba-Buba. Ist es Huba-Buba? Das ist halt Huba-Buba. Was muss ich so witzig sagen? Huba-Buba. Huba-Buba. Nee, das war noch so witzig. Ich will eben Leben nicht drauf gucken. Ich frag mich, wer sich. Was abgegangen sein muss? Wenn die sagen so, was wir Kaukenwies machen, wir brauchen einen Namen. Huba-Buba? Huba-Buba. 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 Kranker Name für Kinder Kaukenwies. Huba-Buba. Kranker Name. Alter. Digger, wie steht's? 4-1? Ja, doch, darauf kommt ihr schnell. Sehr schnell, seid ihr ready? Pferde. Dirndl. Junge, ich dachte, das hat gestimmt. B, F. B. Was? Okay, mit F. Okay, Spaß, das war ein L. Okay, D. Bro, D. Ey, was? Ihr sagt auch immer den letzten Buchstaben heute. Hey, Jungs, haupt euch mal jetzt mal! Ich darfst mit E anfangen. I! Ey, Junge! Was ist denn das? Ihr sagt heute grundsätzlich den allerletzten Buchstaben? Ja, nein, I. Nein! Jetzt haben wir alle durch. N. N. Ja! Das war echt der Letzte. Nilpferd! Ja, oh mein Gott! Du sagst einfach mal Pferden, Alter! Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich bin so ein Idiot. Ich hatte Pferd und dann hatte ich... Niel, oder Lint, genau. Jetzt kommt das allerletzte. Okay, Peter Pringel, alles entscheidende. Sieger der Sieger, Sieger der Herzen, oder was? Wie viel schnitzel war es? 6-2. 6-2, dann wäre es schade. 6-1, äh, 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 6-2, äh, 4. 5-2, äh, 5-2. Seid you ready? Ja. Oh, dafür muss ich meine Kevin nach hinten machen. Hokus-Pokus. Du hast mir krankens heute überlegen, was ich denn Hokus-Pokus? Oh, also wenn das Büro-Schere sein sollte, dann fehlt noch ein E. Echt jetzt? Digga, Büro-Schere würde fast echt passen. Ja? Am Am, jetzt hast du mich gefickt. Ich habe nur noch Büro-Schere angekommen. Ja, jawoll. Oh mein Gott, ich habe nur noch Büro-Schere angekommen. Lass mich raten, die Auflösung kommt im nächsten Video. Oder das Video wird zum 20-minütigen Video. Warte mal, Büro ist schon drin. Nee. Echt nicht? Ja. Okay, jetzt ballert es nicht noch mehr. Anfangs-Boschere, Sascha. Ich habe sonst keinen Anhalt. B. Büro ist richtig. B fängt an. Wow. Broschüre. Oh mein Gott! Ja, Alter, sogar mit der Peter-Regel habe ich hier das Game geholt. Weißt du, wann ich das Wort zuletzt gehört habe? Weißt du, wann ich das Wort zuletzt gehört habe? Weißt du, wann ich das Wort zuletzt gehört habe? Huba Huba Broschüre. Das ist auf jeden Fall. Danke dafür, Sascha. Mega geile Wörter. Ja, ich wollte, dass die Wörter noch zuletzt haben. Ja, müssen wir sagen. Richtig geile Wörter. 6-2 für mich. Sieger der Sieger und Sieger der Herzen sogar noch. Vielen Dank für's Zuschauen. Schaut bei Peter auf vorbei. Denn da kam jetzt auch noch mal ein Video auf. Irgendwas mit Wörtern. Kann das sein? Findet das passende Wort. Ja, danke an Sascha. Sascha bei dir kam auch noch ein Video online. Mör uns gut, Leute. Tschüss. Tschüss.